Oh Oh Wenn ein Verbündeter Ich muss in Deckung gehen Sonst lebe ich den nächsten Morgen nicht mehr Ok Nehm ich mir mal die Acker So tschüss tschüss Ach da oben sind welche Ah das erklärt obwohl ich ständig Schaden gekriegt hab Einer ist hinter der ungekippten Müllpfanne Feind bei der Müllpfanne näher sich Gut dass ich es jetzt gesehen hab Den Untertitel Zwei Ziele Achtet auf das grüne Auto hinter der Ecke Jetzt gehst du mir aber auf die Nerven So Und du auch Und am meisten Du Ja alles klar Feinde nähern sich über dem Parkplatz dem 5-stöckigen Gebäude So scheiße Ah ok ganz einfach Ich will hoch aus ey Ich fahr mit dem Fahrrad heim Tschüss Warte hell Hey Wie ist es jetzt? Ich mag die Waffenheit ich ne Im liebende Schrotz Hab ich gesichert Ah nein doch nicht Das ist ne Bumpgun oder? Das ist ne Bumpgun oder? Nehm ich mal die hier Ey du Boah Da oben Boah Ich hab auch einen Ich geh jetzt einfach durchrannen Ok alle Ziele ausgescheuert Jetzt können weiter gehen Alles klar Was ist es? Ah Kein Kommentar bitte Da Scheiße wo gehst du jetzt weiter? Der COD Noob weist nicht weiter Ach hier Ok Ich will Fernsehen Nein Nein Entschuldigung Bewegung auf dem Dach bereit halten Ja ID positiv Das Ziel ist auf dem Dach Ich fäll nach Hause So Ey ich befluchte immer dass ich ins Mike wuste Ey nicht wuste sondern blase Runter mit der scheiß Waffe runter Ich kann ihm ins Bein schießen Sir Nein nicht schießen Das Risiko ist zu hoch So Nehmen sie die Waffe und halten sie ihn auf Runter damit Es gibt keinen Entkommen Sofort runter Sofort runter Halten sie ihn auf Sofort Sofort runter Hardcore Emo Der Kleine hat ein paar Probleme Faceblade Hier Bravo 6 Zakajews Sohn ist tot Wir kommen nach Hause Ach Scheiße Sein Sohn war unsere einzige Spur Sir Vergiss es Ich kenne den Mann Er wird es nicht unterantworten lassen Verschwinden Ok Ich zieh mit meinem Pult an Bei mir ist es ein bisschen kalt Unsere sogenannten Anführer Wir haben uns an den Westen verkauft Unser Blut zerstört Unsere Wirtschaft Unsere Ehre Unser Blut wurde auf unserem Boden verkossen Mein Blut An ihren Händen Sie sind die Eindringlinge Alle amerikanischen und britischen Streitkräfte werden Russland sofort verlassen Oder die Konsequenzen spüren Ziemlich einfach Ok Hier ist es nicht mehr blind Ey Quatsch Hier ist es blind wieder Freigabe für Halo Charly Team los Zweiter Absprung Bravo Team bereit machen Los Bei mir neu formieren Das Ultima Oh ich für's Gut das ich jetzt nen Bulli angezogen habe Keine Ahnung Sir Sonst wäre mir jetzt noch mehr kalt Bravo Sex Sergeant Gricks oh er ist kalt ist euch nicht kalt ihr zittert nicht einmal gehts euch gut anscheinend ja Kontakt voraus feindliches Fahrzeug Ziel ist erledigt das ging schnell oh Gott ich habe ein ganzes Auseinale dabei 80 Geräte alles mögliche Claymores alles drum und an Feind in Sicht Modeln Gute Nacht Er ist erledigt you took my kills alles klar Sie müssen Griggs in einem dieser Häuser haben da ist ein Zugang durch diese Kellertür wir gehen von dort aus von Raum zu Raum aber leise, los jetzt das hier jetzt hier offen ist, wundert mich er ist erledigt macht was mich zu machen soll Raum gesichert das ist mein Spruch auf zum nächsten Mal ganz du Stalker ha ja oh oh kommt sie denn her scheiße okay okay ich glaube hier ist keiner mehr äh das ist doch mal eine Horrorgeschichte das ist das Blut von dem Mörder des Hauses hier Quatsch Quatsch, was rede ich hier ein Haus kann man nicht morden weiter zum Essenhaus, leise sein das ist das Blut von dem Mörder des Hauses hier jetzt muss ich mir eine andere Überschrift dafür einfallen lassen ich habe nämlich schon eine Überschrift die heißt Häuserräumung und die könnte ich jetzt auch Häuserräumung nennen tschüss tschüss was 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 da ist niemand ich glaube wir sind einfach weit was ach Menno nein wer hat euch denn eingeladen aah nicht mit mir das hatten wir schon mal ey du aah wie wärs wenn ihr das jetzt aufmachen würdet ich bin zu blöd um Türen aufzumachen danke ge billiard oh das ist wie ein Billiardtisch schade ich stelle hier gestern ähm schlag den gerobge gesehen habe wie sehr spaßt du denn die Ehre du beantwortest meine Frage wie breit hier sind wir wohl richtig bereit machen zum einbringen er ist dein Vorgesetzter und und ja ich weiß ich dachte schon die jungs wird mich hier zurücklassen das muss ich mir wieder konzentrieren deswegen rede ich jetzt nicht zu viel vorhin konnte ich ja viel reden weil ich das ja alles schon kannte aber jetzt kann ich es nicht mehr es ist alles wieder blind aber ich bin blind warum heißt es eigentlich blind kann das mir einer schreiben ich bin ein display aber ich habe keine ahnung was das blind heißt dass man das blind macht oder sowas vermute ich mal es wird komplett groß geschrieben das heißt es ist eine abkürzung oder sowas kann das sein oder ist blind einfach nur weil weil es blind ist also wenn man das nicht sieht was man da macht naja schreibt mir einen kommentar wenn ihr das wisst also ich vermute dass es meine version ist richtig aber kann auch sein dass es anders ist ich bin mir jetzt sicher ich bin schneller als ihr darf ich zünden nicht Ups. Wir warten auf euch beim Sammelpunkt. Ende. Roger, Deep Drive. Wir sind auf dem Weg. Ende. Mach diesen Traum auf! Ich könnte drü- Ich könnte- Ne, ich könnte dich jetzt nicht mehr, nachdem ich sehe, dass da da Stacheldrahte sind, könnte ich nicht mehr darüber klettern. Oh, Chuck Norris, was? Bewegung! Chuck Norris hätte das ohne Spray schaffen können. Soll ich wieder auf den Boden? In den nassen Schnee? Jess, schnapp der Soap und den Rest und durchgämme die Basis. Okay. Griggs und ich suchen eine Alternative Route. Ich mag die Waffenheit. Ich nehme die hier. Na, die mag ich noch weniger. Dann bleib ich bei dir. Na, die mag ich auch nicht. Die ist besser. Nein, Quatsch. Das ist ne. Nein! Nein! Oh, wo ist denn die? Ach egal! Ja, 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 ich bin so heikel, was davon angeht. Ich weiß. Kontakt im Nordwesten. Splitter-Garnate. So. So. Oh, oh. Oho. Boah! Geh weg! Das find ich scheiße! Oh, explotiv